Auf was reagieren wir im Supermarkt? Immerhin machen die hier 10 Prozent ihres Umsatzes mit Süßwaren. Bei Kindern jedenfalls scheint der Fall klar. Sie interessieren sich nur für Süßigkeiten. Überall lockt Zucker, in Fruchtgummis, Keksen, Schokolade. Die Bilanz der Süßwarenindustrie, 3,6 Millionen Tonnen Süßigkeiten jährlich, 13 Milliarden Euro Umsatz. Und alles ist bunt verpackt, so wie es Kinder mögen. Das klappt auch bei Erwachsenen. Die Industrie weiß, die Kaufentscheidung fällt zu 70 Prozent über die Verpackung. Die Süßwarenindustrie hat Erfolg. Jeder Deutsche isst im Jahr 35 Kilogramm Zucker. Fast ein Drittel davon kommt alleine aus Süßigkeiten. Wie schafft sie das? Liegt es an der Werbung? Schon Kinder sehen täglich 37 Spots. Die Süßwarenindustrie verneint das und veröffentlicht Studien, in denen es heißt, auch schlechte Werbekenner aßen regelmäßig die im Fernsehen beworbenen Lebensmittel. Nur warum geben die Konzerne dann jedes Jahr 600 Millionen Euro für Werbung aus? Unsere Kinder jedenfalls werden dicker. 15 Prozent sind übergewichtig. Und sie essen immer mehr Süßigkeiten. Ein Achtjähriger aß 1985 17 Kilo im Jahr. Heute sind es 25. Die Zuckerindustrie sieht da keinen Zusammenhang. Wer im Internet nach Zucker und Übergewicht sucht, findet ihre Ernährungsportale. Dort steht, die Deutschen werden dicker, aber das liegt an mangelnder Bewegung. Auf keinen Fall am Zucker. Zu Zucker und Karies schreibt die Süßwarenindustrie sogar Arbeitsblätter, mit denen Kinder lernen sollen. Zucker ist demnach nicht schuld an faulen Zähnen. Denn es ist nicht der Zucker in den Nahrungsmitteln, der unsere Zähne zerstört. Es sind die Bakterien, die auch vom Zucker leben. Mit Kampagnen beeinflusst die Süßwarenindustrie sogar das Europäische Parlament. So konnte sie die Lebensmittelampel verhindern, die vor zu viel Zucker warmen sollte. Bis zu einer Milliarde Euro schätzt man die Kosten der Kampagne. Willst du auch was haben? Ein profitables Geschäft mit Zucker und Süßen.